In diesem Kapitel wollen wir uns mit den Störchenvögeln beschäftigen. Sie sind große Stelzervögel mit lange, gerade getragenem Hals und spitzenlangen Schnabe. Die Geschlechter sind gleich gefärbt, die Männchen allerdings etwas größer als die Weibchen. Von den Reiern sind sie im Flug unter anderem dadurch zu unterscheiden, dass der Hals weit ausgestreckt ist. Sie kreisen gerne ausdauernd und hoch in der Thermik, ähneln hier also manchen großen Greifvögeln. Sie schreiten auf ihren überaus langen Beinen langsam voran und nehmen eine vielfältige Nahrung auf. Zum Beispiel sind es Mäuse, Wasserinsekten, Amphibien, Fische, Heuschrecken, Regenwürmer und mehr. Diese Beute wird an Land oder auch im Seichtwasser aufgelesen. Heimisch gibt es zwei Vertreter, den bekannten Weißstorch und seinen eher unbekannten Cousin, den Schwarzstorch. Von beiden Störchen gibt es in Österreich bis zu 350 Brutware und beiden Störchen werden wir auch ein Art Kapitel widmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Singh